Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, die Call of Duty Modern Warfare 3 Beta ist endlich für Vorbesteller auf dem PC-Spiel, weil ich habe in den letzten Videos auf der Playstation 5 spielen müssen. Katastrophe in meinen Augen, also mit Mausentastatur an PS5 angeschlossen, es fühlte sich komisch an. PS5 ist halt PS5, für Shooter gibt es nur das einzig wahre PC. Ihr seht, was ich alles eingestellt habe, ich spiele mit der 4090, Max, 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 Qualität, alles mal auf Max gemacht, mal gucken, was wir so für FPS kriegen. Erstmal kein DLSS, wir haben alles auf Max, auf Hoch, auf Ultra, was geht. Und schauen uns die ganze Sache mal an. Wir gehen direkt ins erste Game, noch kein Game gemacht, ihr seht das hier oben. Ich bin hier noch gesperrt, ich kann hier noch keine Ausrüstung wählen. Ich bin Level 1, nicht ein Spiel gemacht. Wir gehen rein. Es gibt es übrigens, das war in der ersten Beta-Woche, auf der PS5 nicht. Es gibt jetzt hier ein 3-Team-Spielen-Kopf-an-Kopf-an-Kopf-Sieger ist das Team, das zuerst das Rundensieg-Limit erreicht. Spiele ich vielleicht, wenn ich ein paar Mates habe, wenn meine Leute da sind. Jetzt spielen wir erstmal Mosfet rein, erste Game. Ich habe Kamera mal probiert, irgendwie auf Tastatur, wobei Tastatur sieht man eh nicht viel, ich benutze ganz normal WASD und Springe und Ducke. Ähm, aber meine Maus ist ja immer was Besonderes. Ja, ich spiele mit Trackball immer noch und ich werde es auch nie ändern. Ähm, ne, wer es nicht weiß, man muss die Maus nicht so schieben. Die Maus bleibt und man steuert die Maus mit diesem Ball hier. Ich habe schon immer damit gespielt, ich kann es nicht anders. Und jetzt gucken wir uns die ganze Zeit die ganze Sache mal an. Ähm, Sensitivity hatten wir auf PS5 mit der Maus auf 13. Hier habe ich sie auf 21. Das sind noch die Erstellung als Warzone, als ich es noch gespielt habe. Muss mal gucken, ob ich damit klarkomme. Ähm, und ich bin gespannt auf die FPS und auf die ganze Performance an sich. Und, ja, Sprachstück habe ich mal an. Also wenn wir einen töten, hören wir den, falls er auch anhat und was sagt. Mich selber hören sie nicht, habe ich, ähm, Push the Talk angemacht. Und wir gehen mal direkt gleich hier in die erste Runde, die werde ich wieder auch ungeschnitten hochladen. Und dann seht ihr im Laufe der Woche oder im Laufe der nächsten Tage, wo die Beta ist, Best of Kills. Ich probiere Sniper, diesmal, ich probiere alles aus. Wir machen auf jeden Fall diesen Team-3er-Modus da. Und gucken uns die ganze Sache jetzt mal an hier. Ähm, ich habe richtig Bock auf das Game auf PS5. Selbst auf PS5 hat es mir schon riesen, riesen Spaß gemacht. Ähm, wir nehmen hier die MCW mit der Schotte. Und, ja, muss natürlich jetzt erstmal wieder reinkommen. Das ist klar. Wir spielen volle Pulle Sichtfeld 120. Ziemlich laut noch. Muss vielleicht noch Feintuning machen, aber wie gesagt, erste Runde jetzt hier. Und, ähm, ja, seit 19 Uhr, jetzt ist es 19.30 Uhr, hat ein bisschen gedauert, bis ich reingekommen bin. Slide Cancelling. Weiß ich gar nicht, ob ich es richtig mache. Habe mir noch gar kein Video dazu angeguckt. Ähm. Haben sie ja jetzt gepä... Also, sie haben ja ein paar Sachen geändert für heute. Unter anderem die Spawns und auch Slide Cancelling soll... Ja, es ist nicht mehr so ein heftiger Delay, ne? Man hat mehr gestoppt, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt nicht genau. Jetzt müsste ich nur mal einen Gegner sehen. Ähm. Ja, aber ein paar Sachen haben sie auch noch geändert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr was. Auf jeden Fall alles positive Sachen. Und den ersten haben wir. Den zweiten haben wir. Sehr laut. Ich muss gleich mal ein bisschen leiser machen. Will ich jetzt aber nicht ingame jetzt gerade machen. Ähm. Muss mal klarkommen. Granaten haben wir. Ist klar. Die Granaten haben wir auch. Den haben wir auch. Oh Gott. Muss links oben her auf die... Oh, ich fühl's nicht so... Ich liebe es, wie schnell die ganze Scheiße ist. Aber noch ein bisschen laut. Aber ich hab gerade ne Vierer-Streak. Ne, ne Dreier. Einen noch für die Drohne schon. Ah, Meta-Drohne angemacht. Sehr gut. Danke. Danke. Auch ne Drohne an. Äh, ich könnte jetzt auch ne Drohne machen. Nicht an. Uh. Achso, es ist Stellung. Haben wir. Ja, nehmen wir mal ein bisschen was ein hier, ne? Ach, jetzt hab ich den Knopf nicht. Uh. Jetzt hab ich den Knopf nicht für... Für meinen vierten... Ähm... Mann! Killstreak. Warum denn das jetzt nicht? Ey, wir sind hier auf ner... Auf ner 6er Killstreak, oder was? Direkt erste Game? Ja, die ersten Games machen am meisten Spaß, weil da nur nicht SBM so rein kickt. Scheiße, ich hätte nicht haben können. Ja, scheiße, Stellung ist woanders. Oh, ich hab ihn gekillt! Oh mein Gott, direkt! Ich bin noch nicht einmal gestorben mit dem neuen C, oder? Digga. Äh, ich muss gleich noch den Knopf bein und ich muss gleich noch leiser machen. Das machen wir aber gleich, wenn ich einmal... Wenn ich einmal sterbe... Oh, es fühlt sich so gut an, ne? Äh, ist... Man muss es hier einfach sagen, dass es kein... ...anderer Shooter schafft. Digga. Der wurde mir abgestaubt. Muss ich mal nachladen, eben. Ich weiß nicht, ob er für ner Streak ich bin. Nein! Den hab ich gehört und dann doch irgendwie... Egal. Ähm. Machen wir jetzt eben nochmal hier das. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Scheiß drauf. Und mal eben ganz, ganz kurz leiser ein bisschen. Ein bisschen. Oh, jetzt ruft meine Mutter an. Moment. Ja? Ah, Digga, jetzt erst weg. Also es war echt 6-7 Minuten. Hier, AFK. Oh, nein. So, jetzt hab ich immer noch nicht leiser gemacht. Schade. Fing richtig, richtig gut an. Aber jetzt muss ich trotzdem nochmal ein bisschen... Effekt ein bisschen leiser machen. Ähm, und... Warum hab ich nicht diese eine Taste? Warum? Wo ist der 4er-Killstreak? Wechsel zur Ausrüstung? Ja, okay. Das gucken wir nach dem Game. Geht's weiter hier, ey. Mann. Wir sind erst einmal gestorben. Ach, Digga. Ja, jetzt bist du einmal raus. Mann, ich war so gut drin. So. Wollen wir wenigstens das Spiel gewinnen. Aiming ist da. Ja, so halb mit meinem Trackball. Ich hoffe, das sieht man alles. Auf dem... Auf der Kamera weiß ich jetzt gar nicht, ob die sich noch verschoben hat oder was. Direkt wieder das hier gehabt. Ähm. Aber wir probieren jetzt mal. Den mit der Granate zu töten. Wir wollen die Runde hier gewinnen. 135 zu 100 200. Wo müssen wir denn hin? Da hinten. Da hinten. Wir müssen da hinten hin. Alter, der eine Tüte... Ja, kannst du's machen. Aim drei Stück ab. Go, 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 Leute. Rein in die Boots. Da schlage ich. Okay. Zack, weg. Hier, hilf. Schöne Granate ins Maul. Ey! Höh? Nur ein Hitmarker mit der Granate? Kommt mal rein hier. Eine Shotgun. Ups. Ja, stimmt. Und diese Punkte haben sie größer gemacht oder besser sichtbar. Oder wollten sie zumindest machen. Granate. Flash. Da kommt gleich einer rein. Oh, ich seh nix. Ich lebe noch. Er lebt nicht mehr. Das heißt, jetzt bin ich hier der... Ich halte das hier sehr gut. Ich will jedes Game gewinnen. Ich spiele auch auf Objectives. Nicht so wie diese Oldschool-COD-Spieler, die sagen, ey, man spielt hier auf Objective, weil wir einfach ne gute Runde haben. Aber nicht so ne Scheiße. Ah! Ah! Schaut gar lecker. Ähm, ja. Äh, ich geh grad Nudels ab. Ich mach grad übelst Bock. Und wenn man dann noch dazu gewinnt... Ja, ich lauf falsch. Ja, ich bin noch ein bisschen los! Uhuhuhu! Oh, what the fuck? Okay, mach ich so klar. Nein! Nur ein Hitmarker. Scheiße. Weiter, 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 weiter. Rein, da, rein, da, rein, da, Leute. Das geht mal hin. Uhuhuhu! Hier, kriegst du die Schnauze. Komm, komm mal her, ihr kleinen Hüpfelkinder. Woah! Danke. Von der Muni war alle. Alter, oben, alter. Guck, ich bin da oben, Alter. Ich bin nicht glitschen. Nein, nein, nein! Ah! Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ey, ich war fünf Minuten oder noch länger AFK! Bam, 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 bam. Hui! Was? Ich hab' getroffen. Ah, geblendet. Oh, es fühlt sich so geil an Es fühlt sich So geil an Ich muss noch mir angewöhnen, mehr links oben auf die Map zu gucken Ich gucke zu wenig auf die Map Und erschrecke fast bei jedem Spieler, der mir hinterläuft Obwohl es ja Man-Mate sind Also noch zu wenig Map-Awareness Oder wie auch immer das heißt Ich gucke zu wenig oben links Scheiße Aber es macht so viel Spaß Ich habe so Bock auf das neue Warzone Wenn das auch nur annähernd dann so ist hier Von dem Movement und allem drum und dran Und es kann einfach nur Es kann nur besser werden Es kann nur geiler werden Ich hätte niemals nach Warzone Ich hätte niemals nach Warzone 1 geglaubt Dass ich bei Warzone 2 wirklich gar nicht mehr Nach 2-3 Wochen habe ich schon aufgehört Es hat keinen Spaß gemacht Dieses Movement alles Es hat echt Keinen Spaß gemacht So wir haben da hinten links die Stellung Nice Leute die Runde werde ich hochladen Außer rausschneiden wo ich kurz auf Körbe war Ähm Geil Sieht man Sieht man irgendwann nicht gleich Wie viel Wie viel Dings hatte ich Ähm Wie viel Tore Ich hatte doch nur 5 Tore gefühlt Ah jetzt Äh Ja Ne 11 Ok doch 11 Aber trotzdem mega gut Zweiter Platz von der Zeit Zweiter Platz von allem Geil Also Ich hab so Bock auf das Game Jetzt die ganze Beta ist leider in Anführungszeichen umsonst Außer Spaß haben Ähm Und dann Muss man halt warten bis zum Wann kommt es raus? 11 Die 10.11 Ne Einen Monat noch Und dann alles hochleveln Man hat einen Monat dann wieder Zeit Bis Warzone rauskommt im Dezember Und dann geht's ab weiter Ich hoffe es geht so ab Leute Haut rein Haut rein Geil Geil Trackball Leute Trackball Ich bin der beste Trackball Spieler auf der Welt Sage ich Kennt ihr noch irgendeinen Der mit dem Trackball so gut ist wie ich Sagt es Schickt es mir In die Kommentare Oh Und natürlich das Ist ne Beta Ok Haut rein Hehehe Tschüss Bis zum nächsten Mal